Jut, ihr seid aber schon Level 10, und du bist, bleib doch mal da, ja, und du bist Level 6, du kommst mit, ich muss abernten, hat jetzt das super, auch gleich jemanden gefunden, ja, so will ich das sehen, super, und so krieg ich dann den Bonuspunkt hoch, so mag ich es, ich glaub nehm ich mit, weil ich mach jetzt auch mit den Blumen und so weiter, so, Level 7, kriegt man den gleich, so, das ist klasse, Das ist klasse, so mag ich es, so muss es funktionieren, Cool, wie ich kann, Ja, sag ich doch, Level 7, das ist schön, und so muss es dann noch sein, ne, dann hat er sowieso gleich auch eine neue Mission, das gefällt mir nämlich auch, Cool, und sah mal nämlich das Doppelte an Baumwolle raus, deswegen hab ich den ja mitgenommen, Das war mein Ziel gewesen, jetzt will er auch noch mit mir quatschen, hallo, Jupp, warum nicht, gut, na dann, Da hinten ist auch noch jemand, der will was von mir, Ah, immer diese Mission, aber nächstens wird mir nicht langweilig hier, immer zu tun, immer zu machen, Das ist schön, Oh, dafür kriegt man keine Punkte, aber das ist ja vollkommen schnuppe, ähm, die Blumen sind ja eigentlich jetzt zum Verschenken gedacht, Genauso wie das soll ich hier, und zum Verkaufen vor allen Dingen, um wieder Geld reinzukriegen, so, ähm, hier unten geht es weiter, genau, Gut, diesen Strauch, wenn wir jetzt nicht mehr so bekommen, wie wir wollen, Hätte ich das nochmal folgen muss mit Remy, ach Mensch, ich vergesse es immer wieder, So ist das mit den alten Menschen, So, auch hier, da war wieder was schönes, Ach, da ist auch wieder was, Äh, jo, Wir sollten ja mal mit Merlin quatschen, wir können ja mal, wir können jetzt mal suchen, Bei Dagobert ist ja gut, So, da bin ich wieder, Ach, da ist immer noch mein Lachs, meine Lachsscheiben nebenbei, So, ja komm, ja komm, ja komm, Das ist jetzt das geringste Problem, die habe ich alle da, Die habe ich alle da, Gut, Ähm, ja Traumscherben wollten wir, Hier, wa? Gut, Ich sprich mit Elsa und Anna, Vajana, Elza, die wird wahrscheinlich wieder der Fressbude sein, Und macht ihre Diät mit dem Cheeseburger, Mit hoher Wahrscheinlichkeit, Hm, Die ist ja mal nicht da, Guck ich mal, Ja, Du bleibst mal bitteschön hier stehen, Hallo, Ha, Hoffentlich können wir bald wieder plaudern, Ja, schön für dich, Auf Wiedersehen, So, Anna ist bestimmt in ihrem Haus, Ja, Ja, Dann lass uns auch mal dahin gehen, zu ihrem Haus, Aber wenn ich schon mal hier bin, Nehme ich die Buben hier gleich mit, Und Anna ist bestimmt bei Christoph drinnen, oder Olaf, einer von beiden, Ja, Ja, ich weiß, ich seh dich, So, und Vajana, die wird am Strand sein, Vajana ist die hier, genau, Mal gucken, Äh, Sammle alles für Mehrdienst Verzauberung, Ist die in dem Haus? Ja, ist er, Ja, Dann, Hallo, Okay, Kehre zu Merlin zurück, Mach mal die Mission noch, Gut, dass ich nicht mal alles laufen muss, Ja, ich esse in der Pause, Ich esse immer in der Pause immer, Wenn ich hier reise, Ja, bin ich, So, Okay, Sprich mit Mini, Sprich mit Mini, Gut, wo ist Mini, Die braucht bestimmt wenig zum Verstärker, Im Restaurant, Okay, Im Restaurant ist Mini, Da finde ich es auch leicht, Glücklicherweise muss ich nicht so viel laufen, Da ist er, Ja, 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 Komm, schnell, Hier bitte, Vollständig, Ähm, Ich bin dein Vater, Ich bin dein Vater, I lalalalalalove you, I lalalalalalove you, Yes I do, Auf Wiedersehen! 到